Der Esel sagte zum Tiger, das Gras ist blau. Der Tiger antwortete, nein, das Gras ist grün. Ein Streit brach aus und sie gingen zum König der Tiere, dem Löwen, um ihre Differenzen beizulegen. Als der Esel den Platz erreichte, an dem der Löwe auf seinem Thron saß, begann er zu schreien, Eure Majestät, ist es wahr, dass das Gras blau ist? Der Löwe antwortete, ja, natürlich ist das Gras blau. Der Esel war begeistert und fuhr fort. Der Tiger widerspricht mir, widerspricht mir und nervt mich. Bitte bestrafe ihn. Löwe verkündete, der Tiger wird mit einem Monatsschweigen bestraft. Der Esel sprang glücklich und ging zufrieden weiter und wiederholte, das Gras ist blau, das Gras ist blau. Der Tiger nahm seine Strafe an und fragte den Löwen, eure Majestät, wofür habt ihr mich bestraft? Immerhin ist das Gras grün. Das Gras ist tatsächlich grün. Der überraschte Tiger fragte, warum bestraft ihr mich dann? Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob Gras blau oder grün ist. Die Strafe dafür, ein tapferes und intelligentes Tier wie du zu sein, darf keine Zeit damit verschwenden, mit einem Esel zu streiten und dann meine Zeit mit dieser dummen Frage zu verschwenden. Ja, Glück auf ihr Lieben! Buch 5, ja ich glaube das ist das beste Buch von ihm, das er bisher gemacht hat. Die Auflösung, die Qualität, Wahnsinn, auch die Themen, die in dem Buch drin sind und für alle Tartarier-Freunde. Ja, wir haben auch eine Erklärung, warum sich Küstenlinien verschieben, warum, ja, warum es die Eiszeit gab, warum es alte Gebäude gibt, die so gut erhalten sind. Nehmen wir mal die Pyramiden und warum sie auftauchen, warum die Swings Merkmale hat, dass sie im Wasser stand oder lange beregnet worden sind. Ja, alles finden wir in den Büchern von Vibes of Cosmos und, ja, steigen wir ein. Hier ist, ja, der Einband, da können wir schon mal gucken, was uns so ungefähr erwartet. Und, ja, die physische Weltkarte, ne, die Eiszeit, dann Pangea ist Terra Vista, das freut mich schon ganz besonders. Da, ja, hatte ich ja selber schon eine Theorie mal geäußert, ich weiß nicht, ob ich das zum Video gebracht habe. Dann Frequenzen und Spektren, was natürlich auch interessant ist, weil wir kennen alle, die lernen von Tesla, beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, Tesla war auch nicht ganz koscher und hat vieles von deutschen Wissenschaftlern oder Erfindern, ja, mehr oder weniger abgekupfert. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, man muss in Frequenzen und Schwingungen denken und ich glaube, das ist auch hier ein ziemlich entscheidender Punkt. Ja, dann die Bewegung der Planeten, ne, one field inside the other, also ein Feld im anderen und dann außerhalb des Doms. Ja, dann hat er hier noch in dem Buch eine, ja, eine Mondkarte reingebracht, die man mit 3D-Brille sich anschauen kann. Ja, dann haben wir Karten von allen Gebieten der Erde, sehen wir hier schon im Hintergrund angedeutet. Und die Karten sind, die gucken wir uns heute in der ersten Folge an und die sind, die sind der Wahnsinn, die sind einfach der Wahnsinn. Ähm, rein von der Qualität. Ja, dann wird es in dem Buch auch noch um Erdbeben und Vulkane gehen. Wind, Wind, Donner, Blitz, Hurricanes, Zyklone, ja, Wet and Dry Fume Cycle, also nasse und trockene, ja, Winde und Bewegung und Feuer. Ja, dann geht es auch noch ein bisschen um die Mineralien, also sehr, sehr interessant. Ja, hier können wir auch erkennen. Auf dem zweiten Bild, was hier mit dabei ist, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Ja, Epoch-Events und Timeline, also epische Events in der Erdgeschichte und die Zeitlinie dazu. Das ist auch sehr interessant, weil hier kommen wir dann wieder auf das Thema Tartaria zurück, wobei man sagen muss, Tartaria ist ja nur ein Begriff für, ja, alte Gebäude, die nicht zu erklären sind, Pyramiden etc. In Wirklichkeit war Tartaria jetzt nicht so groß und nur, weil irgendwo eine Karte existiert, wo Tartaria draufsteht und das ziemlich großes Reich war über Asien und Europa heißt das nicht, dass das ein Weltreich war. Nur mal als Beispiel, sie erklären immer, dass es überall auf der Welt die gleichen Gebäude gibt. Das ist durchaus richtig, ist auch dem zu erklären, wenn irgendwo ein Architekt berühmt bekannt ist und ich denke mal, es wird nie so viele gegeben haben in den letzten 200, 300 Jahren, die sowas zustande gebracht haben oder länger. Dann kann es durchaus sein, dass die Gebäude in verschiedenen Kontinenten auftauchen, aus dem einfachen Grund, dass die Architekten geliehen werden. Aber auf der anderen Seite könnte ich genauso gut unzählige Bilder von verschiedenen Regionen der Erde rauskramen, wo die Gebäude komplett unterschiedlich aussehen. Das Einzige, was ein Stück weit darauf hindeutet, sind die Pyramiden, die wirklich sehr gut überall verteilt und versteckt sind. Da haben wir die bosnischen Pyramiden, ganz bekannt, kann ich eben nur empfehlen, da mal hinzugehen. Wirklich sehr, sehr interessant, bevor sie das komplette Areal dort schließen. Ja, sowas ist dann eher schwer zu erklären, aber das ist wieder zu erklären durch Vibes of Cosmos, denn die Pyramiden wären 13.000, 26.000 Jahre alt, seien sowas in der Richtung. Aber dazu dann später ein Buch mehr. Ich denke, so gegen Teil 40 werden wir dazu kommen. Ja, und dann haben wir hier Frequenzen und Spektren. Da sehen wir schon verschiedene Empfänger und welche Frequenzen wir im Ohr hören, Ton etc., die Augen. Und hier im Hintergrund sehen wir auch das Farbspektrum. Ja, also ich bin gespannt auf die nächsten Seiten. Wir gehen mal ein bisschen kurz ins Inhaltsverzeichnis. Vibes of Cosmos. Also die ersten Seiten, wo das Thema werden wir heute behandeln, ist die physische Erde, bzw. die Karte, die sich aus dem Plasma-Mond ergibt. Ja, da kommen wir zu Terra Vista, dann die bekannte Welt, Afrika und so weiter und so fort, Lemuria. Und werden uns dann ein paar schöne Karten angucken, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Danach kommen wir zu Frequenzen und Spektren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu Pangea ein eigenes Video mache. Das werde ich entscheiden, je nachdem wie lange es dauert. Aber Pangea ist eine ziemlich interessante Sache. Ihr wisst, in der Wissenschaft wird das durch Kontinentalverschiebung erklärt. Und im Buch, Verzeihung, und im Buch, ja, sagt er, es gibt keine Kontinentalverschiebung, sondern Terra Vista ist Pangea. Und es ist verrückt, wie die Karten sich, ja, ähneln. Ja, dann kommen wir zur Welt. Dann als nächstes Frequenzen-Spektren. Dann nochmal ein Extrateil. Pangea ist Terra Vista. Ist, ja, dann wahrscheinlich sein eigener Part. Schauen wir mal, wie wir das machen. Dann, ähm, die Bewegung der Planeten, ja, also Mars und so weiter und so fort. Ne, Planet von Planis, Plan, Plain, Flach, sag ich mir nochmal so. Ja, dann ein Feld im Anderen, ungefähr so zu betrachten, wie im Kleinen, so im Großen. Ja, dann haben wir Elemente, Space und Atmosphäre. Also, ja, der Raum und die Elemente, Winde, dann atmosphärischer, äh, atmosphärischer Druck, ne. Dann die pulsierenden elektromagnetischen Felder. Dann kommen wir zu Erdbeben und Vulkanen. Und das wird dann nochmal genauer erklärt, hier bis Seite 78. Und kosmische Epochen, was ist passiert, Zeitlinie, Events und so weiter und so fort. Dann die großen Cycle. Und hier kommen wir dann auch zur Prager Ohr, die genau diese Epochen, die über 26.000 Jahre laufen, ähm, auch anzeigt. Und das mit einer ziemlich Präzision, auch im Hinblick auf den Mechanismus von Antiquitera, den wir ja in vorhergehenden Folgen schon behandelt haben. Ja, dann kommen wir zu Donner und Blitz und Windstürme, Turbinen und, ähm, Hurricanes. Und das wird auch nochmal ein interessantes Thema, wie das zustande kommt. Was mich auf jeden Fall immer fasziniert, ist, wie genau diese Mondkarte, ähm, passt. Und das werden wir in den nächsten, zumindest in diesem Teil von Wives of Cosmos, werden wir uns das genauer angucken. Wie die Kontinente und die, ja, wie die Kontinente aussehen, dass das so gut passt auf den Mond, ist schon Wahnsinn. Ja, die World Physical Map oder Physical World Map, also die physische Weltkarte. Wie ihr alle wisst, ähm, haben wir das schon mehrmals behandelt. Wir haben hier den Bereich der Erde, der zu sehen ist, also in dem wir gerade leben, wo sozusagen Sonne und Mond dreht, wo in der Mitte, wo halber Bruch her ist, der magnetische Punkt ist, der auch hier in einem Kreis verläuft. Und diesen Bereich mit sich zieht. Das heißt, wenn ich jetzt hier lebe, irgendwo, was ich hier tue, dann, ähm, befinde ich mich gerade in der Sommerperiode, dann, ähm, dreht sich das im Ohrzeigersinn, wenn ich mich richtig erinnere. Das bedeutet, hier ist Frühling, hier ist Winter und hier ist Herbst. So kann man die Bodenepochen, so nenne ich sie, ähm, ähm, gut im Kopf behalten. So, und umso mehr Jahre vergehen, gehen wir 13.000 Jahre in die Zukunft, also ein, genauer ein Kreis, sind 26.000 Jahre. Gehen wir einen, äh, 13.000 Jahre, also die Hälfte in die Zukunft, dann wäre der Bereich, wo sich Sonne und Mond drehen, und der, ähm, magnetische Nordpol hier drüben. Und man hätte hier sozusagen eisfreie Welt. Und damit ist auch zu erklären, warum, ähm, es alte Gebäude gibt, die so gut erhalten sind. Nehmen wir mal die Pyramiden, weil sie wahrscheinlich aus einem, aus einer Zeit stammen, die circa 13.000 bis 26.000 Jahre in der Vergangenheit liegt. Ja, und so ist auch zu erklären, dass einige Zivilisationen, ähm, Spuren hinterlassen haben, die im Eis gefroren sind, konserviert worden sind, jetzt wieder auftauchen, wo hier alles, äh, 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 eisfrei wird. Ähm, ja, und man sich nie erklären kann, wo diese herkommen und sich natürlich dann was zusammendichtet. Und dann auch diese, ähm, ja, beeindruckenden Gebäude, die da existieren, ist schon der Wahnsinn. Und das ist auf jeden Fall gut zu sehen. Hier unten, ähm, ich mach's mal ein bisschen größer. Hier unten sehen wir dann den Mond und hier die Erde, um nochmal das Bild zu vergleichen. Die dunklen Flecken sind die Kontinente und, ja, sie sind halt ziemlich genau das, was man braucht, um die Erde abzulesen. Ja, kommen wir zur ersten Karte. Wir gehen mal auf die rechte Seite. Da sehen wir, ähm, den Atlantischen Ozean. Dann sehen wir hier ein Stück von, äh, Afrika, ja, afrikanischer Ozean. Ja, dann haben wir hier ein Stück von, von Terra Vista. Und hier ist Atlantis und der Kronos Ozean. Ja, dann kommen wir hier rüber schon ins Eis. Pangea, Zentral Terra Vista, ja, kann man sich schon mal merken für später. West Terra Vista. Ja, alles ein großer Kontinent, ja. Kommen wir zum nächsten Bild. Ja, also ich muss sagen, die, die Qualität der Karten ist wirklich sehr, sehr gut. Was mich sehr beeindruckt. Ja, Australien, Lemuria, Galicia. Es sieht zwar hier ein bisschen verschoben aus, das liegt aber daran, da wir ja nur die Globus Erde gewohnt sind. Und dann kennen wir die Gliesenkarte. Gliesenkarte, und die Gliesenkarte ist ja auch nicht das, äh, reale Abbild, sondern die Gliesenkarte ist ja auch, ja, verschoben, zurechtgerückt, ähm, aufgrund der, der, der Karte, ja, weil es einfacher gemacht werden musste. Daher ist die Gliesenkarte zwar ein, eine schöne Standardkarte, an der man sich orientieren kann, aber die wirkliche Karte, ja, die sehen wir jede Nacht da oben. Ähm, sehr interessant. Und hier ist auch der, der, der Grund, wo sich zum Beispiel Knopfloch und ich, wir unterscheiden uns ein bisschen, so wie ich das bei Knopfloch verstanden habe. Er sagt, dieses Abbild vom Mond ist, ähm, ein Abbild aus vergangener Zeit und zum Beispiel Atlantis und Lemuria sind untergegangen. Ich bin aber der Meinung, dass diese Kontinente weiter existieren, man nur nicht dahin darf. Auch so ähnlich wie bei der Antarktis, ähm, wenn man sich die Flug- und Schiffsrouten genauer anguckt, dann laufen sie immer drumherum, ja. Ich hatte jetzt jemanden im, im Kommentar, der hat gesagt, jemand ist da lang und da gab es keinen Kontinent. Ja, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das stimmt. Und das Einzige, woran ich mich festhalten kann, äh, sind die Schiffs- und Flugrouten, die halt immer an diesen Kontinenten vorbeigehen. Also es gibt keine Schiffs- und Flugrouten, die über diese Kontinente geht. Das hatten wir mal in einem, in einem vorhergehenden Video bereits besprochen. Aber interessant ist es auf jeden Fall, wie sich das Bild der Erde ergibt, ja, und auch wie die Kontinente eine, eine ähnliche Form haben. Ne, am, am beeindruckendsten finde ich den Punkt, ähm, Europa. Dann haben wir hier oben die skandinavische Halbinsel, die, die, ja, englische Insel, die großbritannische Insel. Hier die, ich glaube, liberische Halbinsel ist das ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls Portugal, Spanien. Und das ist schon sehr nah dran an dem, was wir auch auf dem Globus sehen. Und das ist dann für mich, ja, schwer nachzuvollziehen, dass das ein Zufall sein soll. Also, ja, hier kommen wir zum, nach Afrika. Interessant ist hier, ähm, hier haben wir den, den Norden. Ja, weil der Norden ist hier in der Mitte, unten auf der Mondkarte. Hier haben wir Afrika. Und ich muss sagen, die, die Qualität der Bilder ist Wahnsinn. Ähm, ich nutze auch ein neues, ähm, Recorder-Programm, weil es einfach besser zu bedienen ist, ähm, als mein Linux-Programm. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht. Aber die Qualität ist der Wahnsinn. Ja, Afrika, sehen wir hier. Europa, Asien, Indische Ozean. Hier unten haben wir Madagaskar. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sehr schöne Bilder. Ähm, gehen wir gleich zum nächsten. Hier haben wir, äh, Lemuria, Asien. Der Zipfel von Afrika, den kennt ihr auch. Ja, also es ist, wenn jetzt jemand kommt, der davon keine Ahnung hat, und da gibt es einige. Und der sieht die Mondkarte aufgearbeitet, wie die hier. Er würde, wenn er das nicht wüsste mit der Mondkarte, sofort sagen, das ist die Erde. Ja. Er würde es zwar als Fantasiekarte bezeichnen, aber, ähm, für ihn wäre das die Erde, da die Kontinente wirklich ähnlich aussehen. Hier sehen wir Indien, hier unten, dann hier unten Südostasien, geht runter nach Australien. Also es ist wirklich eine Karte, und für den Neuling ist es so nah dran an der Wahrheit, dass er durchaus sagen könnte, das ist die Erde, die hier abgebildet ist. Und da stellt sich die Frage, kann es Zufall sein, dass, ja, die Karte auf dem Mond so die Kontinente widerspiegelt, dass, ja, der Mond nicht die Karte der Erde ist? Ist das überhaupt möglich? Meiner Meinung nach nicht. Also hier ist es ganz einfach, es ist einfach nicht möglich, dass das reiner Zufall ist. Ähm, man sich überlegt hier, die arabische Halbinsel, ähnlich mit dem, mit dem Kanal, ich weiß nicht, wie er heißt, dann der Zipfel, wo Somalia ist, in Afrika. Ist das Zufall? Ist das einfach nur Zufall, oder was ist da los? Ja, ähm, der Autor des Buches hat ja die Karte, sozusagen die Kontraste geändert, und über die Kontraste ist er auf die, auf die Kontinente gekommen. Und hier haben wir den Pazifischen Ozean, ne, hier sehen wir Lemuria, und oben Asien, und mit den, mit den Höhen, die waren auch ablesbar. Das hatten wir in der vorgehenden Folge, konnte man Berge, Täler, etc., ähm, auch ablesen. Das hat er hier in diese Karte übertragen, und, ja, die Karte wirkt, wirkt wunderbar, wunderschön. Hier sieht man das Eis, hier ein bisschen Eis. Das, äh, Wasser war ja auch zu erkennen auf der Mondkarte, je nachdem, welche Verfahren man anwendet. Ähm, ja, auch dieses Gebirge in Südamerika, kennen wir alle, ähm, Peru, etc., also, für mich kann das kein Zufall sein. Dann haben wir hier Nordamerika, hier drüben Alaska, also, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann schwer, schwer glauben, dass es Zufall ist, und bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, es kann kein Zufall geben, und ich glaube auch nicht so sehr an Zufälle. Ja, dann haben wir hier Westafrika, äh, geht's rüber nach Atlantis, hier ist am Ende nichts weiter, ähm, außer Atlantis, da ist die Frage, ob Knopfloch recht hat, oder ich, oder, beziehungsweise der Autor des Buches, weil ich glaube, er ist auch der Meinung, dass die Kontinente immer noch existieren, ähm, Atlantis und, ähm, Lemuria. Ja, dann kommen wir hier ins Eis, ja, hier sind wir ziemlich nah am Eis, und, ja, wie gesagt, das, der antarktische Vertrag, dass niemand dorthin kommt, ähm, jetzt muss man sich mal genau überlegen, wo in der Welt haben alle Länder etwas zugestimmt, einem Vertrag, wie auch immer. Nur in dem antarktischen Vertrag haben alle Länder der Welt zugestimmt. Wo sind sich die Länder überhaupt mal einig, was das angeht, ähm, habe ich noch nie irgendwo gesehen, aber hier sind es, dass keiner dahin darf, das muss mir ja jemand genau erklären. Ja, dann sind wir hier, äh, in, äh, in Westafrika, ne, und hier haben wir schon, äh, ein Teil von Pangea, der hier rüber ragt, ähm, ähm, ich muss sagen, die, wie gesagt, ich bin immer wieder begeistert von der, von der Qualität, ne, und auch auf dem Mond sind die unterschiedlichen Höhen zu erkennen, ähm, er hat, wir haben auch in dem, in einem vorgehenden Teil hatten wir das mal besprochen, dass die Höhen und die Höhenunterschiede komplett erkennbar sind, man weiß sozusagen, welches Land unterm Wasser ist und welches nicht. Ähm, ja, für mich, Wahnsinn, ich bin immer wieder begeistert von diesen, von diesen Karten. Hm, hier haben wir den afrikanischen Kontinent, ne, Südafrika. Dann Zentralafrika. Ja, Flüsse sind, dürften auch zu erkennen sein. Jawohl, hier geht er nur lang. Hier haben wir auch noch Flüsse und Wasser, Wassermassen. Das hier oben, das ist Daniel, könnte Daniel sein. Ist auf jeden Fall, Wahnsinn. Ja, hier sind wir, äh, in Ostafrika. Hier haben wir Somalia. Ein Stück der arabischen Halbinsel, müsste Saudi-Arabien hier sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Kanal, der hereingeht. Ähm, was für ein Zufall. Allein diese, dieser Bereich mit Afrika und Madagaskar, allein dieser Bereich, was, was für ein Zufall müsste das sein, ist, dass auf dem Mond so eine Formation zu sehen ist, die genau dem auf der Erde entspricht. Ähm, und der Mond ist keine Karte der Erde. Das, das ist für mich, ähm, unwahrscheinlicher, als dass der Mond die Karte ist. Und daher bin ich auch, ja, ziemlich überzeugt von der Mondkarte. Aber ich lasse mich natürlich auch gern vom Gegenteil überzeugen, denn ich war mal ein, ähm, ja, ein Globus-Freund und habe so ziemlich jede Dokumentation, Bücher, etc. gelesen. Ich habe mal eine viereinhalb Stunden Dokumentation über die Lichtgeschwindigkeit mir angeguckt, mit mathematischen Formeln, ähm, und fand das super spannend. Habe mich mit allem im Universum, Astronomie, Gravitation, etc. beschäftigt. Ähm, ja, bis ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, irgendwas haut hier nicht ganz hin. Vor allem, wenn es dann darum geht, dass sie in, ich glaube, drei Jahren sechsmal zum Mond geflogen sind, seitdem nicht wieder. Und meinen, sie hätten die Technik nie. Derweil ist das Raumschiff im Museum. Dann habe ich mir das Raumschiff angeguckt und musste feststellen, das sieht nie aus wie ein Raumschiff, was durch den von NASA, ähm, ähm, ja, erst kürzlich entdeckten, in Anführungsstrichen, äh, wenn Ellen radioaktiven Gürtel durchfliegen kann. Und als die Astronauten gefragt worden sind, äh, haben sie gemeint, wir sind da einfach durch. Wir wussten nicht davon, wir sind einfach durch. Ähm, ja. Ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, ich möchte nur im Kopf behalten, dass, oder, dass ihr im Kopf behaltet, das hier ist das Abbild des Mondes. Die Karte vom Mond, nur der Kontrast wurde geändert und, ähm, die niedrigen Lagen wurden grün eingezeichnet und so höher die Lagen, die auch am Mond erkennbar waren, wie im vorgehenden Teil mal, äh, oder einen der vorgehenden Teile festgestellt, ähm, eingezeichnet. Und dann kommt man auf diese Kontinente. Hier haben wir die liberische Halbinsel. Falls ich hier falsch liege, äh, lasst mich wissen in den Kommentaren. Aber ich glaube, das war die liberische Halbinsel. Ähm, Portugal, Spanien, dann haben wir diese Konstellation hier mit Italien, der Stiefel, dann, äh, Kursika und Sizilien. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf dem Mond zufällig so ist? Vor allem in dieser Masse. Island, Iceland, Skandinavien, Großbritannien und dann haben wir hier Europa. Hier haben wir die Alpen. Also, wie gesagt, für mich, einfach nicht nachzuvollziehen, dass es da, ja, noch Zweifler gibt. Sind wir mal ganz ehrlich. Bei Asien wird's auch sehr interessant. Hier haben wir das Hochland von Tibet. Man sieht es an der Farbe, umso höher, umso mehr geht es in dieses, ja, milchige, milchige, äh, orange über. Ähm, ja, dann haben wir hier Indien. Die indische Halbinsel. Südostasien, Thailand, Philippinen. Und hier sind wir Sibirien. Und natürlich hier Tibet, das Hoch, äh, hoch, die Hochebene. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles genau so passt auf dem Mond? Und, also, ja, dann haben wir hier eine Insel, die ich nicht kenne, Sudarsana. Sudarsana ist mir neu. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur auf dem Mond zu sehen ist und wir diesen Kontinent nicht kennen. Oder, ob der da ist. Keine Ahnung. Lasst es mich wissen in die, äh, Kommentare, ob Sudarsana wirklich existiert, ähm, auf den bekannten Karten. Oder ob das auch so ein, ja, ein Landstück ist, was, ja, mehr oder weniger vor uns verheimlicht wird. Ja, dann kommen wir nach Australien und schauen uns das an. Oben haben wir die, die Insel von Philippinen, ja, und hier kommen wir dann nach Australien. Wir haben auch die kleine Insel, die, ähm, ich glaube in der Nähe von Melbourne müsste das sein, oder? Melbourne ist hier. Äh, Australien kenne ich mich nicht so aus, ähm, bevor ich was Falsches sage. Hier sehen wir auch das Outback in rot eingezeichnet. Dann haben wir auch ein paar Hochgebiete, ähm, ein paar Berglandschaften und, ähm, die Küste als grüne Landschaft. Ähm, ja, daher sind wahrscheinlich auch die meisten Städte dort. Interessant ist es allemal. Ähm, ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem in den Kommentaren, dass er die Flugrouten dann, ähm, weil die Fläche von Australien auf der Mondkarte größer ist, als auf der Globuskarte müsste, also doppelt so groß ist, hat er gemeint, die Distanz vom, vom Perth to Canberra müsste sich verdreifachen. Das ist aber, ähm, ja, nicht ganz nachzuvollziehen, denn wenn sich die Fläche vergrößert, ähm, ändern sich die jeweiligen Distanzen von A nach B nur, ähm, nur ein Stück weit. Und, ähm, je nachdem, in welche Richtung der Kontinent größer ist, sind auch die Distanzen anders. Nehmen wir mal an, der Kontinent, das komplette Stück, ist das Stück, was größer ist und was Australien doppelt macht. Das bedeutet trotzdem, dass von Perth to Canberra die Distanz gleich ist. Also die Argumentation, ähm, hat da nicht ganz hingehauen, aber, ähm, ja, so ist das bei solchen Gesprächen, vor allem wenn man zwei Karten miteinander vergleicht. Man kann die Globuskarte und die Karte der flachen Erde vom Mond, äh, kann man nicht wirklich miteinander vergleichen, sondern, ähm, man kann die eine oder die andere nur als gegeben, ähm, nehmen. Letztendlich heißt das nicht, dass sich die Flugdistanz verdoppelt, ne, sie wird ein bisschen größer sein, aber, ähm, ich hatte es auf dieser Karte angelegt, und zwar, ähm, ungefähr, wie gesagt, ist es schwer, schwer nachzuvollziehen. Wir hatten die Karte mit den Kästchen, auf den Kästchen war, äh, die Kästchen waren im letzten Video, im letzten Teil vom vierten Buch, wusste man genau, wie lang ein Kästchen ist, also habe ich geschaut, wo ungefähr Canberra ist, wo ungefähr Perth ist, und habe dort, ähm, ja, die, die Distanz über die Kästchen gezählt und bin auf knapp 4000, ähm, Kilometer gekommen. Auf der normalen Route wird gesagt, es sind 3100, 3200, wenn man sich das mit Fluggeschwindigkeit berechnet, das heißt, ein Stück weit größer wird es, aber nicht zwangsläufig. Aber genug davon, ähm, Australien sehr schön, dann haben wir hier den Pazifischen Ozean, hier kommen wir schon von Australien nach, ähm, Lemuria, und ich hatte einen schönen Kommentar, da ging es, geht es darum, wenn wir endlich frei sind, reisen wir da hin, ähm, lad mich ein, ich miete ein Boot oder ein Flugzeug, ähm, ich bin auf jeden Fall dabei. Dann haben wir hier Neuseeland, auch sehr schön zu sehen, ähm, die beiden Inseln, hier das Hochland, beziehungsweise das Gebirge, was auch auf dem Mond abzulesen ist, ist, wie gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, dann kommen wir zur anderen Seite, ähm, von Lemuria, da sind wir wieder bei Südostasien, hier haben wir Japan, die Insel, auch wieder, ja, eins zu eins abzulesen, abzulesen am Mond, da muss man sich wirklich die Frage stellen, Zufall, aber ja. Ja, dann Alaska, und hier kommen wir zum amerikanischen Kontinent, ähm, ja, verrückt, 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 verrückt. Ich bin begeistert von diesem Buch. Ja, hier haben wir Lemuria, sehr schöner Kontinent, recht groß, wer weiß, wer da lebt, wer da lebt und liebt, vielleicht auch niemand, kann auch sein, dann kommen wir kurz noch zu Nordamerika, hier unten haben wir Südamerika, kommen wir gleich noch dazu, haben wir Nordamerika, auch sehr zu sehen, diese, diese Landzunge, die hier, ähm, nach außen geht, die ist auch sehr bekannt, auf dem nordamerikanischen Kontinent, und, ja, ist wieder natürlich nur Zufall, dass das genauso aussieht auf der Mondkarte, dann haben wir hier Alaska, ne, Kanada, und hier haben wir die USA, haben wir auch wieder die, die Kontinente und die trockenen Orte, ähm, die abzulesen sind, hier haben wir Südamerika, sieht ein bisschen breiter aus, und das ist auch nachzuvollziehen, ähm, auf der Globus-Karte sehen alle Kontinente auf der, sogenannten Südhalbkugel, kleiner aus, als sie in Wirklichkeit sind, da gibt es unzählige YouTube-Videos, ja, die Größen der Kontinente stimmen nicht, und Länder sind, haben andere Größen, als es auf der Karte zu sehen ist, erklärt wird das mit, äh, dass die Globus-Karte da verzerrt ist, und, ja, haben Sie auch recht, die ist verzerrt, denn ab dem Äquator wird nicht wieder alles kleiner, sieht man an den Längengraden, sondern, wie bei der Gliesen-Karte, wird das, äh, immer breiter, denn, es geht nicht zur Antarktis als Kontinent, sondern zur Antarktis als Eisring, deswegen zeigt auch der Kompass, auf der Südhalbkugel, nicht irgendwann, ähm, Richtung Antarktis, sondern immer nach Norden, weil nur dort ein magnetischer Punkt besteht, und nicht am Süden, und wenn die aber von Südpol reden, ein Pol ist auch elektromagnetisch und geladen, und der Kompass sollte dann irgendwann umspringen, zumindest von meiner, von meinem logischen Verständnis her, aber vielleicht kann mir das ja jemand in den Kommentaren erklären, wie das richtig funktioniert, ich bin immer offen für neue, neue Sichtweisen, Ja, dann haben wir hier das große Gebirge, die, ähm, Anden, und, ja, hier haben wir den, den O-Wald, ne, Argentinien, Brasilien, ähm, ja, so, dann kommen wir hier zum südöstlichen Pazifischen Ozean, da haben wir Lakaj, würde ich sagen, dann Galicia, und Lemuria, ja, auch noch ein paar schöne Inseln, wie gesagt, ähm, wir haben da, wir haben da wirklich einiges zu erkunden, jetzt haben wir hier Hyperborea, Grönland, Nordamerika, so wie es sozusagen um das Zentrum aussieht, das Zentrum liegt hier in der Mitte, und, ähm, zumindest zur Zeit, und, wie gesagt, wandert und wandert, ihr habt alle schon vom Polsprung gehört, das wird genau diese Wanderung sein, ja, ähm, Hyperborea, sieht man hier auf der Mondkarte, Eisfläche, Eisfläche, nicht ganz genau, und hier auch Eisfläche, und hier ein bisschen, ähm, Kontinent, jetzt ist die Frage, man könnte ja relativ schnell feststellen, ähm, ob die Karte eine aktuelle Karte ist, oder ein Abbild aus der Vergangenheit, ähm, in dem man diese Landmassen findet, ich meine, so weit wechseln sie nicht, ne, wenn wir, wenn wir mal genau gucken, hier sind wir, haben wir die, die, hier müssen wir die Küste von, von Polen und Deutschland haben, wenn ich mich richtig, ach nee, Moment, die ist hier hinten, dann, ähm, ja, gehen wir nach, gleich Königsberg, ja, von dort aus, nach Norden, also die Russen, wissen es vielleicht, man könnte auch von Alaska, rüber gehen, oder eben von Grönland, ja, hier haben wir Atlantis, ähm, ich finde es auch schön, da gibt es auch ein paar Gebirge, können wir Skifahren gehen, wenn wir dann irgendwann dort sind, dann, ähm, hat er ein paar schöne Namen sich ausgedacht, Poseidonia, Amazonia, Kronos State, ja, Atlantis, Titan, ja, wahrscheinlich heißt er auch Berg, Titan, ähm, Asan, North Atlas, ähm, Orgigia, schwer für mich zu übersetzen, und sie auf Sargaz, aus Sargaze, ähm, Cyclops, Pleiades, ja, ich habe mal gehört, von jemandem, mit dem ich mich unterhalten habe, da ging es um die Aliens, um die Pleiaden, etc., da ja in unserer Ansicht hier, gibt es ja die Aliens nicht, die irgendwo auf welchen Planeten hocken, und dann herkommen, ähm, ähm, aber die Pleiaden oder andere Völker, humanoide Völker, wie auch immer, könnten ja auf anderen Kontinenten, jenseits des Eisrings, oder jenseits der, ähm, uns bekannten Gegend wohnen, auf unserer Erde, oder auf einer der anderen Erden, die weit hinter dem großen Eisring, der gesamten Erde liegen, und diese könnte man vielleicht auch im Himmel erkennen, zumindest die, die innerhalb unserer Erde sind, kann man, ähm, erkennen, und wer weiß, vielleicht ist ja dieser Ort, im Himmel zu sehen, und wenn wir in den Himmel zeigen, da kommen die Pleiaden her, was wir wirklich meinen ist, sie kommen von diesem Teil der Erde, nur so eine Vermutung von mir, ja, gehen wir mal in den, in den Eisteil über, ja, hier ist Atlantis, jetzt gehen wir weiter nach, ja, nach, nach rechts, nach Süden, wenn man so will, und hier sind wir dann, bei West Terra Vista, also hier haben wir den Teil vom Mond, Pangea, Zentral Terra Vista, hier sind wir noch Atlantis, und hier gehen wir Richtung, Süden, in diese Richtung, ja, dann haben wir hier, Zentral Terra Vista, wo man auch, wo man auch, über Pangea reden kann, da kommen wir dann in, in weiteren Teilen dazu, wird wahrscheinlich der interessanteste Part, in diesem Buch, ja, Pangea, Zentral Terra Vista, das sind wir hier oben, ne, Liberia, das ist ein Teil der Australische Ozean, der Australische Ozean, ja, Pangea Zentral Terra Vista, da haben wir ein Teil, der rausragt, und anscheinend nicht im Eis ist, wäre auch interessant, dort mal hinzukommen, also an alle Westafrikaner, die zuschauen, falls mal jemand Lust hat, mit dem Boot hier rauszufahren, sag Bescheid, ob du dort Land findest, ruf mich an, oder schreib mir eine Nachricht in die Kommentare, dann, ähm, komme ich zu dir nach Westafrika, und wir besprechen das Ganze, ja, afrikanische Ozean, hier sind wir, wo wir in Afrika angekommen, wir machen quasi heute, oder wir machten heute, eine Welt Tournee, ja, hier sehen wir natürlich dann auch die Sonne, wie es sich bewegt, ähm, das Bild ist ein bisschen verzerrt, ich glaube, da hat er in seinem Buch, ähm, da einen kleinen Fehler gemacht, ähm, beim, beim Abdruck, aber, ja, ihr könnt euch ja denken, wie es aussieht, man erkennt, hier Afrika, riesengroßer Kontinent, und Sonne, um und die sich in dieser Kreisbahn um den Norden dreht, und hier um die Sonne, haben wir hier etwas heller eingezeichnet, den Bereich, wo das Licht hinscheint, denn das Licht, nicht wie uns erzählt wird, reicht ewig, und wird nicht, äh, reicht ewig, sondern, das Licht ist auch irgendwann vergangen, deswegen geht die Sonne unter, ja, kommen wir zum letzten Bild, hier sehen wir nochmal eingezeichnet, die Kontinente, wo wir uns zur Zeit befinden, na, hier hat er die Karte auf die Mondkarte übertragen, und die Ähnlichkeit ist, verflickst, 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 genau, ich würde sogar sagen, eins zu eins, ähm, übertragbar, und hier wird halt deutlich, es kann kein Zufall sein, England, oder Großbritannien, die arabische Halbinsel Saudi-Arabien, der Zipfel Somalia, ist selbst hier zu erkennen, also, wer mir hier noch erzählt, dass das Zufall ist, ähm, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich nie alle Teile geschaut, ja, damit soll es das gewesen sein, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier gab es nicht viel zu übersetzen, daher bin ich mal mit, euch zusammen wieder durch die Bilder durchgegangen, um euch das zu zeigen, wie gesagt, für mich ist das hier keine Frage mehr, was der Mond in Wirklichkeit darstellt, und was auf dem Mond in Wirklichkeit zu sehen ist, ähm, es ist einfach zu verblüffend ähnlich, und ihr merkt vielleicht selber, ich bin, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wenn ich das hier so sehe, weil, die Ähnlichkeit so frappierend ist, ist der Wahnsinn, ja, das soll es von diesem Video gewesen sein, schaut mal in die Videobeschreibung, ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei mir Koffe, ähm, ja, was da lasst, damit könnt ihr den Kanal und mich unterstützen, ähm, ja, ich kaufe das Buch, ist zwar nicht so teuer, aber ich kaufe es auch auf meine Rechnung, ich habe auch ein bisschen Technik, die ich dafür verwenden muss, und gekauft habe, ähm, ich mache es gerne, um aufzuklären, wer jedoch sich verpflichtet fühlt, oder den Willen hat, ähm, mich zu unterstützen, der kann das dort tun, alles kann, nichts muss, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschalten habt, es gibt aber auch etwas, was man kostenlos tun kann, und zwar ist das, das Video zu liken, und einen Kommentar zu hinterlassen, das betrachtet YouTube als Engagement, ja, und dieses Engagement ist der wichtigste Faktor, wie, ähm, Videos über den Algorithmus zu anderen Leuten gebracht werden, und wer von euch Zuschauern möchte, dass dieses Video, oder generell Videos bei YouTube anderen Leuten vorgeschlagen werden, der sollte immer kräftig liken und Kommentare hinterlassen, von mir aus ein Smiley, ähm, es ist nur wichtig, dass da ein Kommentar gelassen wird, um dieses Engagement Profil zu erfüllen, diesen Algorithmus, ich danke euch fürs Zuschauen, ich freue mich auf die nächsten Folgen, von, äh, Schwingungen des Kosmos, Vibes of Kosmos, ähm, da gibt es dann auch wieder einiges ins Deutsche zu übersetzen, vor allem bei den Schwingungen und den Frequenzen, das ist ein ziemlich wissenschaftlicher Text, da, ähm, ja, das wird, oder war nicht ganz einfach, das zu übersetzen, aber das werdet ihr auch noch sehen, ich wünsche euch alles Gute, lasst euch gut gehen, bleibt, ähm, offen, in eurem Kopf, mit euren Augen, und, lasst euch gut gehen, bis bald. Musik 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 Musik